Name, Alter und Wohnort Johannes Berg, 27, Bad Hindelang Bei Radio Horeb seit? 5 Jahren Podcast oder Livehören? Livehören Telefonieren oder Videochat? Beides iOS oder Android? Android Erst Müsli oder Erstmilch? Ha, äh, erst Müsli Strand oder Berge? Berge Skifahren oder Langlaufen? Ganz von beiden Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Frühaufsteher Büro oder Werkstatt? Werkstatt Balderschwang oder Außendienst? Außendienst Wie bist du auf Radio Horeb gekommen? Durch ein Praktikum Beschreibe deinen Ü-Wagen in drei Worten Live Spontan Schnell Deine Lieblingstätigkeit als Techniker? Live-Übertragungen Wann warst du das letzte Mal mit deinem Übertragungswagen unterwegs? Vor ca. 10 Tagen Ist der Übertragungswagen dein zweites Zuhause? Nein Willst du zusammen mit deinen Geschwistern das Radio übernehmen? Vielleicht Was dachtest du, als du Balderschwang das erste Mal gesehen hast? Urlaub Was wünschst du unseren Zuhörern? Frieden und immer näher zu Gott kommen Radio Horeb ist für dich Der beste Arbeitgeber, den ich je hatte Danke Johannes Danke auch Da ist der Ferst . Du hast es dabei! Untertitelung des ZDF, 2020